ja hi und willkommen mein name ist annie und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of asperia die definitiv finischen wir schauen mal direkt ins geht und so sind wir hier ja okay wenn ich jetzt nicht vergessen habe dann sollte ich die ganzen skills cutscenes und quests letzten paar drangehängt haben und ja alle sollten wieder auf den letzten stand sein und ja ich habe ein bisschen geld hier umgedreht sage ich mal weil ich habe ein paar sachen verkauft ich habe von voll vielen sachen jetzt noch 20 oder so ich musste voll weit runter gehen und ja ich habe mehr oder weniger ich wollte eigentlich nicht rausgehen weil ich habe alle rüstungen und ja waffen hat schon hier und ja ich habe noch hier und da einige sachen hergestellt damit wir versorgt sind vor der weile und ja wir sind vorbereitet wir können jetzt weitermachen und ja wir gehen jetzt mal ja weil wir müssen noch einen brief abliefern ja ich habe das gefühl da wir hier in ein kursium sind das irgendwann alles hier ein paar kämpfe ausharren wird ganz mitten in der nacht anmelden dann für den empfang auch nachts jeden fall so antrag nicht so ohne kurs im stadt bei ich mag es nicht wenn es irgendwie so lehnen gibt oder irgendwie sowas und ja es wird dann immer gesagt ihr könnt noch nicht hier rein es wird noch vorbereitet als bei pokémon glaube ich immer so hier ist das private zimmer von also ich muss man das dann lauter machen ab und das in w Schau? Ich bin so auf dem nächsten Mal. Ich kann euch nur auf dem nächsten Mal. Aber die nächsten Mal? Warum sind sie auf dem Mal? Die Sprache sind so ein ... Ich weiß nicht, was andere Leute. Die Mal ist aber so weit. Aber die nächsten Mal ist es noch weit. Ich gehe wieder. muss dann dreht sie sofort durch zum rat nachher zur wüste wollten wir ihn genau naja jetzt kommt wieder alles zurück leben hat die gruppe verlassen ich habe gerade ein buch ich habe mich eigentlich wir müssen hier kämpfen sind zeit tot zu schlagen oder irgendwie soweit irgendwas wird darauf hinführen hat irgendwie ins kolosseum kämpfen müssen ich weiß doch ja wie hat meinen tipp auf spielen geht ich habe es drauf ok informationen verwollt mit allen leuten reden und ist da sand ich hasse sand er hat die meli-chlorianer so manipulieren können und konnte aus dem nichts sand erstellen wenn du von hier bist du neuer in wendung er geht es auf eine hohe und bescheide berg kette ok berg ist die rein verbindung wir müssen zur gaststätte mal die gaststätte war da nach dem ursprung ok da hat es nichts verändert du sagst du da ja ein monster hallo schließlich unserer europäule an da 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 Wie ein Pirat gekleidet ist. Ich kann mich nicht mehr ankommen, aber ich bin kein Wissen. Ich bin mein Lieblings-Frieder von I-Frieder. Ich bin kein Wissen, aber ich bin kein Wissen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich habe schon gesagt, dass ein Kind der Kind der Gilder verabschiedet hat, dann kommt der Gilder's zu verabschieden. Und das ist, dass ich ein Kind der Gilder überwacht, und das ist ein Kind der Gilder's zu verabschieden. Ich habe ein Kind der Gilder's zu verabschieden. Und das ist... Ich habe ein paar Worte zu verabschieden. Was ist das? Was ist das für ein Kind der Kind? schließt ich uns an haben wir sie sicher jeder scheint irgendwie zu kennen man weiß es hat euch meine person irgendwie also normalerweise immer eine person irgendwie weil ich vor tausenden von jahren so gelebt hat aber sein tatsächlich aber da haben wir den augen gesehen um um so dass ich lieber patti als raven in meinem team wenn ich jetzt ganz ehrlich doch schon wieder tot das ist nicht mehr hier was neu ist nein ok wir zurück unserem unsichtbaren motorrad check it out eine kopflose statue krass seine angebung an diese einen statur dies die david irgendwie gezeigt gezeichnete david irgendwie gemacht hat war doch oder keine ahnung ich kann mich mit kunden nicht aus pikasso wart aber jetzt müssen wir in der gaststätte übernachten ich habe mich da ich so viel geld hat okay dann natürlich gerade nein hat 581 galt also ich nehme an wird umsonst sein weil sonst könnte ich mich ja irgendwie weiß ich nicht hier einsperren weil ich kann nicht zur weltkarte zurück wenn sagen wir mal ich bin alles verkaufen und alles wieder kaufen und geld verlieren dann ja muss man bedenken dann schauen wir mal jetzt passiert Raven hat sich darüber angeschlossen und da ist das Teil. Jetzt nimmt unser Schiff und fährt davon. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr zurückgekehrt habe. Nein, ich glaube, dass ich mich ein bisschen entschuldigen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich das Wort gesagt habe. Ich glaube, dass ich das Wort nicht so sagen kann. Ah, ich habe gesagt, was ich gesagt. Ich weiß, dass ich das ganze Leben verletze. Das ganze Leben ist das ganze Leben. Ich weiß, dass ich das ganze Leben in der Welt bin. Aber ich glaube, dass ich nicht so sehen, dass ich das ganze Leben nicht so sehen. Ich weiß nicht, oder? Hast du das... Du hast geholfen? Ich habe nur gesagt, dass ich dachte... Ich bin ein bisschen gut. Oh... Yuri... Das ist... Brave Vesperia... Lin... Die Sachen sind jetzt weggedrückt, ey. ... ... ... Zitat Ende. Zitat Ende. Ok. Zitat wird das sein, soll hier in der Mitte vom Logo ein Stern auf dem Cover. ich nehme an hallo jetzt ein bisschen mehr lustig mal nein ja schon wer ich habe kursierung teilnehmen ich meine überhaupt machen jetzt wollte ich war ein bisschen neumond ist hey da oben ist schon wieder wo dastehst du an da wo dastehst du an da die beiden miteinander verwandt ist bestimmt nicht wichtig für ihn lässt sich im verlauf der story geschafft das nicht so selbst kommt mit monstern okay ich nehme an wir mussten den typen begegnen oder war da denke ich verpasst war erscheint immer irgendwie an ordens sein über gerade so verpassen irgendwie jetzt mal hier diese eine stadt wo die brücke kaputt gegangen ist dann war sogar gestolpert das ist mit dir los ist gleich da vorne was los mit dir gott ich gehe mal weg bevor ich mir auch noch einfangen sag ich nehme an wir müssen zur wüste lande haben wir nichts anderes zu tun also ja das war der mein team überhaupt okay wenn wir mal mit schule naja post was ich tue es kommt halt zu nehmen du hast die stadt wenn dann kein kopf hat sie jemanden scherz haben den gestorben ja so wie in den längsten zu erwarten die frauen am spiel das ist ich sag schon wieder das gleiche ja danke naja du schon wieder auf das gefahr sein halten freu kann er glaubst du aber ich habe es gesehen ich habe es mit einem augen deutlich gesehen wir sind ein monster okay okay der fahrtfinder was mir irgendjemand sieht wie die beiden kämpfen können jetzt immer am kolosseum teil wir müssen mal werbung machen ja 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 Entschuldigung, bitte. Ah, das ist... Ich möchte mich für alle, um zu bitten. Wenn ich mich für Luhins-Gate' sage sage, dann lasse ich es nicht. Ah, das ist auch wichtig. Was ist das, was ich bitte? Ich werde hier sprechen, um zu sprechen. Ich bin der Fall, bitte. Ich werde darüber sprechen. Ich bin der Fall, das war's. Ich bin der Fall, aber es ist ein bisschen zufrieden. Aber wenn du in Ruinsgäte einst, dann wird es nichts mit der Gilder. Du wirst ein wenig, dass du ein wenigstens einst. Ich bin derzeit, dass du jetzt... Du bist für die Beleu und die Esterne. goethe da kann an der karte mit der aus kommst du ja nicht die umfehlbare freisage von dem meister meister tippgeber noch ein tipp so ganz groß gewinner schwere ich dir aber ich kann sagen wir sind kurz sehr meine nähe und die kämpfe nicht die trüren sich auf der straße ja man ich kann immer noch nicht die dinge zu verlassen gestatten ihr seht wichtig aus ihr seid ja nicht die beiden das heißt dass gestern zwei weitere menschen spurlos verschwunden sind bei der buch der gilder als bucher sollten es die leute besser wissen aber die türsten sind eben ahnungslos steckt die gilder mit den formanten denn nicht unter einer ecke decke nordpolikaner wurde auch so etwas nicht einfallen bringen die leute in die spurt verschwinden da war ich da schon auf jeden fall kennt nie jemand zurück ich habe heute nach verschwindet niemand hat sie doch verdächtig aus na los mach schon du bist auch so aufgeregt wie ich das ist ein leben betracht sieht das kurzen wirklich riesig aus ich kann sogar aus geil haben ist man ja nicht nur gut zu wissen also nehme ich meine wir müssen irgendwann hier rausgehen und machen und die beiden sind verschwunden mysteriös magie 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 keine ahnung sondern plötzlichen die statue von nike samontrake nike von samontrake so als siegesgöttin für die arena errichtet und sie hatte keinen kopf die sie zu hause hat bestimmt einige götter ohne köpfe ist der type hat willst du sagen wir irgendjemanden umbringen das hat sie nämlich so an da fahrt wenn der meister zeigt sonst noch mal irgendwo hingebracht das war anders aus zu viel grad wo wir gerade waren das die 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 Was ist die Stadt? Das ist ein bisschen verrückt. Aber... Was ist das für Sie? Das ist eine andere Gilder. Ich würde es nicht vergessen. Ich habe den Arrestralen, die Arrestralen für den Torgi-Joh. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Die Stadt ist sehr alt. Wenn man andere Menschen aufstehen, Entelkeia er muss kurz was trinken entschuldigung es ist übel zwar mehr drin das ist ja noch nicht irgendwie dass ich gerade draußen sind jetzt es ist es ist es 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 ist es 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 ist es war im es 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 war nicht diese eine symbiose typ die ganze zeit englisch gesprochen mit es es wie es z ist ein das das ist Es ist nur ein Problem. Aber wie geht's Bero? Ich werde das immer wieder treffen. Aber... Was ist das wirklich, was ich möchte? Was ich wirklich möchte? Ah... Entschuldigung. Ist es schwierig? Es ist nicht schwierig. Na? Ja... Ich habe es gemacht. Ich habe es nicht gehört. Ja... Ich glaube, ich habe es nicht gehört. Dann... Wer kommt? Esteria, oder? Ich habe es nicht geholfen. Das war ein Problem von Ruin's Gate. Das war ein Problem von Ruin's Gate. Das war ein Problem von Ruin's Gate. Also entweder du... Hier. Aber... Aber das war ein Problem von Ruin's Gate. Aber... Na, ich bin der Fallen. Ich werde es gut. Ich bin sicher. Diese Woche. Wir müssen heute nicht nur noch gewinnen. Das wäre gut geworden. Ich werde. Ja... Ich... ja das stimmt kein ding wird gerne noch mal speichern also weil ich weiß nicht so kämpfe ich einen sehr schlechten track record so wenn man an die ersten kämpfe zurück denkt okay erst mal sollte ich vielleicht gucken wie juri ja alles ausgerüstet aussieht nicht mehr p verteidigung ich glaube ja aber dann schwere treffer ist eigentlich die schlechte abwehr rückruf das klingt eigentlich nicht schlecht hast du auch dings hier extra hoch ja wird man sagen hat es eigentlich nicht schlecht juri ist jetzt nicht schwer zu steuern der charakter ja hauptcharakter ist halt also ja wird schon gehen nur zu alle fälle weiß ja nicht wie viele kämpfe kommen aber das mal gucken ob ich hier kochen kann sie ist nicht mehr da irgendwann p verteidigungen oder so ja das hier und ich habe ja kommt nur ein kampf dann wäre ja nicht schlecht aber ich nehme mal da kommen wir ganz ganz viel kämpfe hintereinander anmelden diese stimme du hast dich von allen getrennt er klingt so komisch ehrlichen besitzt über alle weg ja 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 Wenn du einen Champion gewonnen hast, dann kannst du den Champion gewinnen. Los geht's! Yuriyuuu! Yuriyuuu! Ich bin sicher, dass du okay bist. Du hast dich nicht geholfen. Ich habe auch geholfen. Ich habe noch nicht geholfen. May check to me don't Skate Okay, so was me a month second man muss doch zum schwertig wechseln nee das war herr klinge richtig analysieren einmal kurz ich war wieder ein paar attacken die meinsätzen aber nicht es war hintereinander einsetzen ja schon tot kein probleme zu essen herstellen richtig gut inszeniert ein was mit mehr ja 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 gerade mehr schaden bekommen was kommt blockt sogar durch bist du gerade durch ein konter gestorben von mir naja kann schauen da habe ich noch nicht heißen ja 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 Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Der Fall ist Brave Vesperia, Yurie Rowell. Der Fall ist alles, was ich hier verstanden. Ich bin der Fall, die Leidenschaft der Wunderschöne will. Wer ist der Fall? Fight! Ich bin der Fall, ich bin der Fall. dann legen wir mal los naja vernünftig naja ja weil wir jetzt gar gewählt wenn er durch kobe lange der baut um aufzustehen aber beinahe ich noch mal kommt nur weg bis schon wieder mit erfolg gibt es doch nicht eine waffe bekommen kinder spiel ich dachte nur drei runden halt e und immer ja wir genau haben ja ja da könnte ein bisschen schwieriger werden glaube ich ich glaube ich war ein bisschen heilen wie zaubern nennen 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 50.000 auch damit weil er macht natürlich fertig ist klar ein bisschen doof aber eben in der axt umlaufen und der mitte schwerer war ich muss nicht gewinnen also weil das mich auch mal erwarten aber spinne was war schon wieder Das ist ein Blastia. da habe ich gar nicht bemerkt das hat er schon immer mitglied okay warum nicht könnte wahrscheinlich sehr nervig sein der kampf so und wo könnte vielleicht nützlich sein überhaupt soll es einfach los schaffen wir schon so wird jeder schaden jetzt zurückgeworfen wir jetzt richtig geil sagt irgendwann aber ich kann es nicht verstehen weil es ja panisch ist wir machen im fall fertig war wir machen im fall für dich so war ich so überlebt ich glaube ist er weiß ich auch jetzt zwei level aber konnte gar nicht zum angriff ich sollte auf der juli spielen wahrscheinlich deswegen da ist er halb ich bitte bist du mich am heilen naja natürlich geht es auch im überleben ist klar ich habe mein übernehmen mit mehr oder weniger verschwindet ja jetzt waren schon alle tp verballert ist ich habe dich mal ein bisschen mehr kaputt weil ich tp brauche wir machen im fall feld ich habe schon die erfe seiner ap weg ich habe gerade ja zwei gründe 666 naja 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 aber es ist trotzdem nicht reicht weil ich so gut gerade noch aber perfekt ja ich hoffe nicht mal nur ich gehe halt werden muss warum setzt du ein ding sein ja 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 da ist vielleicht meine ausrüstung ein bisschen ob gott gelähmt das glaube ich schnell jetzt sind wir gleich alle am sterben aber 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 leben setzt er in der luft die attacke ein der läuft direkt und so war sehr gut kann dadurch getroffen werden ja 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 das war noch ein paar kratzer danke okay okay so gewinne ich am boden okay das war nicht so einfach am ende aber auch nicht so schwer finde ich wird habe schon mal schwere kämpfe gegen ihn gehabt vielleicht bin ich zu gut vorbereitet da kann vielleicht sein ja 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 ver du und wer du 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 우� die kasserei war man muss sich das taktana ja nicht erst auf den kaputt machen erst die monster hat es gar nicht in unserem team warum nicht das macht überhaupt keinen sinn da habe ich habe keine ich habe irgendwann bekommen würfel oder so ne jetzt mal kurz sehen was das neu ist glaube ich hier eine da bin ich jetzt aber ich kann hier nachgucken schnitz aus dem tier für sehr viel verdienten rang um zehn prozent okay ich habe ein neues schwert bekommen ja da habe ich davor schon bekommen genau näher ich schon war oder ja okay ja komm zwei monster platt hauen wir haben wir vergiftet morgen noch nicht jetzt auch verhüfte man kann ja im album nachgucken wo man gegensteine er bekommt kann man die nur kann man das irgendwie nur nachgucken wenn man alter wenn man die auch analysiert hat oder wenn die trotzdem angezeigt da war ein guter nebeneffekt so kommt von den magischen winseln ich bin schon wieder vergiftet erlernt von estelle ja ich dachte aber rita hat alle freunden von physischen und mentalen dingen an ich habe keine tv durch die ganze zeit angefangen zu setzen leben man wo den gesehen war ich bei irgendwas tp brauche ich gerade noch mehr monster also habe ich für schaden bekomme ich ja naja er ist angriff kann jetzt nicht sehen kalt tp da kommen ja nein ich habe noch ein zweig gedruckt man muss man immer so ein kurzes fenster sein das ist ein das ist ein und da das ist ein das ist ein das ist ein und das ist ein das ist ein was da neben ich muss sie kiste gerade mit die abgauern das gibt es jetzt nicht und ihr seid immer noch ja wir haben noch nicht mal andere sachen aber ich kann im party irgendwo beenden in der nähe speichern und so ich nehme an die action geht hier weiter na ja 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 Ich habe noch einen Rappid. Wenn ihr Rappid ist, dann würde ich es schlafen. Aber wie ist das? Warum ist der Rappid? Es ist so... Es ist so... Es ist so... Ich habe mich verletzt, dass wir uns verletzten. Was ist das? Es ist nicht so, dass du dich zu retten. Du bist nicht so dasselbe. Das ist dann was das? Der ist vielleicht nicht so... Ich glaube, dass du in die Gänste von Lärgis bist. Aber wenn du... ... dass du die Gänste von Lärgis bist? Du hast ihn nicht so gemacht. Du hast ihn nicht so gemacht. Du hast ihn nicht so gemacht. bin ich nicht durch zufall an diesem schiff vorbeigefahren oder musste ich das war das war rege Hey! Lass mich mal hier übernachten, ich kann ja nicht übernachten, ich speichere ich ja in der letzten folge verfolgen wir diesen typen und unsere kiste zurück und unseren hund ja in dem sehr sage ich danke schon für zuschauen und dann lasst ein abbon kommentar das wäre sehr lieb für euch und tschau tschau